Und ich begrüße Julius Vandelaar, Politikberater und ehemaliges Mitglied der Obama-Kampagne. Er ist uns nun aus Berlin zugeschaltet. Herr Vandelaar, wie haben Sie die Debatte der Demokraten erlebt? Ich glaube, dass die Debatte sehr interessant war, insbesondere unter dem Aspekt, dass Hillary Clinton unter Druck stand. Hillary Clinton musste eine starke Performance gestern Abend in Las Vegas abliefern. Ich glaube, das hat sie gemacht. Ich sage, eine wichtige Performance aus drei Gründen. Erstens, die Umfragewerte, die Hillary Clinton gesehen hat, sind etwas zurückgegangen. Nicht nur national, aber auch vor allem in den frühen Bundesstaaten in Iowa und in New Hampshire. Der zweite Punkt ist natürlich die Spenden und die Organisation. Hillary Clinton muss jetzt Spenden sammeln. Wir haben gesehen, dass Bernie Sanders, ihr wichtiger Herausforderer, deutlich mehr Spenden eingesammelt hat, deutlich zugelegt hat. Und das ist ein wichtiges Signal von Hillary Clinton an die Parteibasis, dass sie bereit ist und hier eine gute Kampagne macht. Und der dritte Punkt ist der aktuelle Vizepräsident Joe Biden. Joe Biden, der im Moment abwägt, ob er in dieses Rennen mit einsteigen soll oder nicht. Und ich glaube, gestern und die starke Performance von Hillary Clinton hat ein Signal gesendet, dass Joe Biden sich ganz klar auf eine harte Auseinandersetzung darauf vorbereiten muss. Konzentrieren wir uns doch mal auf Hillary Clinton. Sie gilt als klare Favoritin, zumindest unter den demokratischen Kandidaten. Kann das auch ein Nachteil für sie sein? Natürlich ist sie die Frontrunnerin, die Favoritin, wie Sie richtig gesagt haben. Gleichzeitig muss man sagen, die Frontrunnerin war sie auch 2008, als es darum ging, sich gegen Obama durchzusetzen. Und wir wissen, wie das geendet ist. Insofern, der Druck ist ganz klar auf Hillary Clinton. Sie hat diese sechs Debatten und natürlich einen harten Wahlkampf, wo sie sich durchsetzen muss. Die anderen werden natürlich weiter attackieren, wie wir es auch gestern Abend zum Teil gesehen haben. Welche Rolle spielt es denn eigentlich für den Präsidentschaftswahlkampf, dass eine Frau ins Rennen ums Weiße Haus geht? Natürlich ist es historisch. Zum ersten Mal sehen wir Hillary Clinton, die, wie gesagt, hier eine klare Chance hat. Nichtsdestotrotz, 2008 hatten wir eine ähnliche Ausgangssituation. Hillary Clinton als Vorreiterin, diejenige, die im Endeffekt die besten Chancen hat, damals von Barack Obama überholt. Dieses Mal werden wir sehen, ob sie sich gegen Bernie Sanders durchsetzen kann. Im Moment spricht viel dafür, auch wenn das Momentum lange Zeit auf der Seite von Bernie Sanders war. Sie hat deutlich stärkere Fundraising-Zahlen mit eingenommen. Nach der starken Performance gestern Abend glaube ich, dass Hillary Clinton gut in einer guten Ausgangssituation ist, auch weiterhin diese Kandidatur anzuführen und sich wahrscheinlich auch gegen Ende dieser Kandidatur durchzusetzen, gegen ihre demokratischen Kontrahenten. Obamas Wahlkampagnen mit sozialen Netzwerken und bis in jeden Wahlkreis bestens organisierten Wahlkampfhelfern in den Swing States war ja der Garant für seine letzten Wahlsiege. Könnte auch Hillary Clinton auf diese Netzwerke zurückgreifen? Es wird sich zeigen. Im Moment hält sich Barack Obama natürlich noch bedeckt und will keinen Favoriten küren. Nichtsdestotrotz die frühen Bundeswahlstaaten wie zum Beispiel Iowa oder New Hampshire, die davon geprägt sind, dass man eine starke Organisation braucht, dass man viele Freiwillige braucht, um zu mobilisieren, weil die Wahlbeteiligung deutlich niedriger ist in diesen Vorwahlen. Die ist essentiell. Hier gilt es im Moment, die Parteibasis an sich zu binden, eine starke Organisation aufzubauen. Das erfordert viele Ressourcen, das erfordert viel Geld und natürlich auch Momentum. Insofern, ich glaube, Hillary Clinton hat viel 2007 von der Obama-Kampagne gelernt, sich das abgeschaut. Bernie Sanders ist zum ersten Mal auf dieser nationalen Debattenbühne und Präsidentschaftsbühne. Wir werden sehen, ob er sich dort einreihen kann, ob er die notwendigen Ressourcen mobilisieren kann, um eine ähnliche Organisation aufzubauen, die es erfordert, um eben in frühen Bundesstaaten wie Iowa oder New Hampshire zu gewinnen. Jujo Svanelar nach Berlin. Vielen Dank.